Regie, sehen wir live. Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3. Was geht ab, liebe Leute? Später passiert ihr am Stand von Mittagessen, mal ein Video weh. Nicht jede Woche. Und Regie, bitte diesmal kein... Ich hab einen Staubsauger. Ich mag Züge. Ihr könnt es einfach nicht lassen. Heute mal ein bisschen mit einem ernsteren Video. Viele von euch standen an einer Mauer und fragten sich, wieso kommen keine zwei Videos in der Woche mehr? Andere fragten sich, wann lädt der Typ mal kein Video mehr hoch? Es ist schon wahrscheinlich aufgefallen, dass ich einfach in letzter Zeit keine zwei Videos in der Woche rausgehauen habe, sondern tatsächlich nur ein Video. Viele von euch haben das mitbekommen, die Entmonetarisierung von den ganzen Videos der YouTuber. Ich wurde davon auch leider betroffen. Viele werden jetzt wahrscheinlich kommen und sagen, yo, such sie doch einfach einen Job, Digga, sei mal nicht so faul. Leute, ich bin ganz offen und ehrlich, Zeug, okay? Ich bin ehrlich, natürlich mache ich YouTube auch wegen Geld. Seien wir doch ehrlich, es ist mein Job. Und ich hatte jetzt einfach wirklich eine demotivierte Phase, sage ich mal. Ich war wirklich demotiviert. Stundenlang, um die 15 Minuten am Tag, lief ich draußen rum und dachte über mein Leben nach. Was soll nur aus mir werden? Ich habe mich vor dem Spiegel motiviert, habe mir jeden Tag das Gesicht mit Zahnpasta beschmiert. Oh scheiße, dieser Moment, wenn es sogar ein Reim war. Vielleicht sollte ich ein Rapper werden. Ey, DJ, da hinten Musik macht. Sieh ich Gangster aus. Buh, okay, geil, Alter. So, Leute, Regel Nummer 1 als Rapper. Immer Fußballtrikot anhaben. Für das Feeling. Ahem, DJ, genug jetzt wird der komische Vorspannmusik hier. Fang mal an. Es hat mich jeden Tag vor dem Spiegel motiviert. Mein Gesicht jeden Tag mit Zahnpasta beschmiert. Stop it. Get some help. Durch Michael Jordan sein Rat, landete ich doch nochmal auf die Bausteher. Ah, da komm ich ja. Das mit der Bausteher übrigens war natürlich ein Joke. Leute, nehmt alles bitte nicht so ernst. Respektiert jeden Beruf, denn ohne die Baustellenarbeiter hätten wir all das hier gar nicht. Aber jetzt bin ich wieder zurück mit zwei Videos in der Woche am Start. Und ich hab natürlich auch was richtig nice für euch hier geplant. Und zwar unten in der Beschreibung befinden sich fünf Bilder oder vier Bilder mit einem Greenscreen Hintergrund. Und jetzt ist euer Talent gefragt, liebe Leute. Und zwar könnt ihr diese Bilder runterladen. In jeder Karte mit den Bildern alles anstellen, was er möchte. Das hört sich ein bisschen krank an. Und dann zeigt ihr mir auf jeden Fall eure Photoshop Skills oder auch mit Paint. Wie auch immer. Entweder das Bild sieht richtig krass aus oder es ist mega lustig. Ich werde die drei besten Bilder raussuchen von allen Leuten, die teilnehmen. Lade sie einfach auf Instagram hoch. Verlinkt nicht auf Instagram. Ich werde mir die ganzen Bilder anschauen. Und ich werde sie dann in einem Video natürlich alle wiedergeben, alle zeigen. Und werde dann auch Bescheid geben, wer der Gewinner ist. Die drei Gewinner, die mich am meisten überzeugt haben. Entweder das Bild sieht richtig lustig aus, wie gesagt. Oder es ist übelst nice gefotoshoppt. Die haben natürlich die Chance, jetzt hier gerade in diesem Shop ein Shirt von meinem Merch auszusuchen. Und natürlich bekommen sie dazu noch eine Autogrammkarte von mir. Ihr könnt mir natürlich überall folgen. Folgt mir auf Instagram, denn da poste ich zur Zeit aktiv wieder Storys. Oder auf Snapchat, blende ich auch nochmal kurz ein. Folgt mir auf jeden Fall bei den ganzen Social Network Plattformen. Oder auch hier auf twitch.tv slash bendyboy, denn da stream ich des Öfteren schon mit Sascha. Peter zockt da auch natürlich ab und zu mal mit. Kommt auf jeden Fall vorbei, Leute. Das war's mit dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder am Sonntag, wenn es heißt. Das war's mit dem Video.